Ja, hey, willkommen! Mein Name ist Daniel L.P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Crisis F. Wir haben gerade den finalen Boss besiegt. Was? Ist das der letzte Part? Nein! Und da kommt noch ein bisschen was, möchte ich nur schon mal anmerken. Das habe ich, glaube ich, in den letzten Parts gar nicht erwähnt, falls das noch keiner wusste, der das Spiel nicht bekannt hat. Sollen wir jetzt nochmal gucken, wie die Kamera jetzt noch um die ganzen Charakter so dreht, ja, ne? Hm, na gut, ich weine jetzt, die ganzen Cutscenes, die jetzt danach kommen, die sind verdammt lang. Also ein verdammt langes Ending kommt jetzt, deswegen, ja, viel Spaß! Gegner-Expert, okay. Ich mache es mir immer gemütlich, weil ich wahrscheinlich sowieso nicht so viel zum Reden komme, also, bitte schön. Wir haben eine Lambda besiegt, was kommt jetzt? Ist es alles vorbei? Schau an das! Die lost Talia hat alle Alice! The last Talia will soon return to its former state, and then in time, the Valkonists will also regain their Alice. So the world will be back to normal. Lambda's completely fading away! So if he doesn't have energy to leech, will he just, like, disappear? No, he won't. He won't. No, we've come so far. There's gotta be something we can do. Wir spielen das Spiel ein paar nochmal. Ich sollte wirklich schon ein Jahr an dem Spiel sitzen. Sofie? Sofie, wait! Don't sacrifice yourself for this! ada Wo? Wir spielen du nicht? W tym jahr imiękshana Dank. Thank you, meine Freunde. Ich will, um Ihren Zukunft zu retten. Und Sie. Nein, nicht! Du hast gesagt, du hast gesagt, du hast gesagt, dass du das nicht machen würdest. Selbst wenn ich wegschraue, ein kleiner Teil von mir bleibt in allen von dir. Aber das ist nicht anders als du sterben. Es wird so wie die Zeit, in denen ich meine Partikel schraubte, um deine Leben zu retten. Aber diese Zeit, ich werde nicht mehr sehen, aber in einer Weise, wir werden immer zusammen sein. Nein, nicht! Nicht so! Ich habe dir gesagt, ich werde nicht sterben. Oh, nein! Asbel! Stay back! What do we do? No! Asbel, bitte! No! Don't do this! It's okay. I won't let him absorb me. I'm going to find out if all he wants is to live! Asbel, never! Asbel, no! Asbel, nie! Wo bin ich? Wir sind in einem sozialen Mime-Spiel. Es ist ein neutrales Ort, der nicht du, sondern ich. Das Wunsch... Lambda! Ich werde dich von diesem Ort entfernen und kontrollieren deinen Gehirn. Und in der Zeit, dein Körper wird unter meinem vollen und vollen Kontrollen kommen. Ich werde dir ein Platz in meinem Gehirn geben, damit du den Gehirn wirst du diesen neuen Welt. Dieser Prozess wird die Welt wiederholen werden. Dieser Prozess wird mich komplett. Komplett? Komplett? Keinmal wieder will anyone bepermitted to cause me pain. Ich habe mich für meine ganze Leben durchgeführt. Und dieser Prozess wird mir Frieden geben. Ich werde, endlich, aufzuhören. Was ist passiert? Diese Sprache... Aspel... Richard... Sie muss noch bleiben. Ist er... Was hat er verletzt? Ich weiß nicht, wir haben zwei Vösen schon lange gehört. Eine von ihnen ist definitiv Aspel, aber die andere ist wahrscheinlich... Lambda. Ich glaube, dass wir sie irgendwie hören können. Ich glaube, dass wir sie irgendwie hören können. Er ist wahrscheinlich versucht, dass sie über Aspel's mind verletzt. Ich liebe es zu sagen. Aber Lambda reagiert sehr stark an meine Gefühle und Angst. Ich denke, dass das bedeutet, dass wir uns gemeinsam verstehen können. Dass wir uns helfen können. Aber in der Endeffektion... Unsere Mutuale fühlen wurden viel mehr Schmerz als gut. Aber in Aspel's case... Aspel... Also, diese Visionen, die wir gesehen haben... waren deine Erinnerungen, richtig? ... Wie Sie? Ich habe keine Satisfaktion... ... in sehen deine Gefühle. Ich bin nicht so. Ich weiß, dass... ... deine Gefühle war mit schulden Dingen. Aber... ... keine Grund für dich das tun. Das ist das Grund. Du hast deine Gefühle überlebt. Also, ich muss mich überlebt. Das ist das, was du zu sagen willst? Menschen sind schrecklich und schrecklich. Aber über alles... Arrogant. Du sprachst, dass du dich für diejenigen, die sie sterben... ... während, in Wahrheit, auf sie schauen. Nicht versuchen, mich zu retten, Mensch. Ich weiß deine Gedanken besser als auch du. Du bist. Es ist wahr, dass ich nicht meine eigenen Gedanken sehr gut verstehe. Aber, ehrlich gesagt, du machst einen schlimmer Job als ich diese Zeit. Ich habe nichts gesagt, über dich zu retten, deine Gefühle alleine, habe ich? Einige Dinge brauchen die Hilfe von anderen. Also, wenn wir... ... und zusammenarbeiten und zusammenarbeiten, können wir alles erreichen. Ich glaube wirklich das. Wir arbeiten zusammen? Wirklich? 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 Ja, wirklich? Wirklich? Was eine Veränderung? Wirklich? 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 Und die Aktionen, die du genommen hast, wegen dieser Schmerz, nur machte dich noch mehr alleine. Kornell wollte mehr für dich. Er hat dich nicht nur umgebracht, um zu machen, dich zu sterben. Kornell... told me... to live, even though I'm not human, and even though I can't maintain a human form. I'm just one person. I can't tell you what it means to live. However, I do know this. Kornell wanted more than anything, to show you as much of the world as he could. He wanted you to learn, and he wanted you to live. I know you've learned nothing but pain and sadness so far, and I'm sorry. But, there's so much more the world has to offer. That's the world Kornell wanted you to see. I know that's what he wanted for you. The world he wanted me to see. Come on, Lambda. Let's you and I go see what the world has to offer. We can be as one, and you can see the world through my eyes. I would consume you. In time, your space would fade and disappear. You won't consume me. It is inevitable. No human can resist me. I'll take that chance. We'll see if I get taken over or not. You can add that to your list of things to observe. How can you make such an offer? You could destroy me, and end your troubles. So then why? We can't destroy you without destroying Sophie as well. And besides, I have something to prove. I want you to know that humans have potential. I'll help you to understand how terrible it would be to end this world. It's not worth it. You still have so much left to learn. Now, take my hand. And if I refuse... Then, I guess I'll take your hand. Doesn't matter who reaches out. What matters is that the other accepts. So you really intend to co-exist with me. The moment you lapse, and your guard goes down, I will absorb all that it means to be you. Well, in that case, then I guess my guard will just have to stay up. Very well. Then from this point forward, it will have to be a battle between the two of us. All right. If you insist, I'm ready whenever you are. I think I've talked for too long. Or perhaps... I've finally reached my limit. Asbel, I think I'm going to sleep for a while. Lambda. Oh no, his light is fading. No, wait. You can't just disappear. Don't go, Lambda. There are still so many amazing things left for you to do. Do you hear me? You can't just end it like this. Not when you're so close. You have to see. I have to make you see. Lambda. You must live on. There are still 15 minutes left. I can't say much more. Huh? The voice is stopped. Is Lambda gone? My friend, come on. Asbel. You've got to wake up. Hey. Asbel. All right. Oh, thank goodness. Asbel. Are you all right? We heard you talking to Lambda. So is he gone or what? Das war bestimmt sehr merkwürdig aus. Wenn man das beobachtet hätte. Sophie. What are you doing? Something's different. This reaction is new. So then does that, does that mean he's gone? I don't know, Sharia. I don't think so. I can't destroy this Lambda. This Lambda doesn't need to be destroyed. What does that mean? I don't understand. Lambda said. He was going to sleep. He's just asleep for a little while. So, that means Sophie doesn't have to sacrifice herself anymore, right? Right. Can we go home now? All right, guys. Let's go home. Time for us to go. Right. Yes. Yeah. All right. Yes. Okay. Let's go. I hope you're watching. We have so much to show you. We have so much to show you. Warth. Dammit. Fischer fliegen auch neu rum. King Richard is here. Men. Go and help those soldiers over there. Let's have to go. du blieblich Ja, Richard. Just hold still. Ich werde dich direkt auf, okay? Das ist alles meine Arbeit. Ich muss mich verabschieden. Ich kann nicht aufhören. Nicht mehr. Nicht, wenn es so viel übrig ist. Okay, spread out, Männer. Wir müssen die Umgebung einschalten. Ja, Sir. Früher hatten die Soldaten keine Chance gegen diese Monster. Aber jetzt... Thank you. Everyone. Come on, Pascal. Es ist Zeit. Du hast nicht diesen Ort verlassen in über eine Woche. Hmm. Ja, ich glaube, das ist die einzige Weg. Ich glaube, das ist nicht so schwer, dass wir diesen Balkon auswählen können. Aber wir wissen, was wir machen. Also, die Alphys ist so schwierig, wie du glaubst. Es sieht aus, dass wir nicht weitergehen können, ohne eine Explosion zu riskieren. Ich dachte, dass ich die Wasser aus dem Wasser benutze, um die Maschinen zu erzeugen, aber es funktioniert nicht. Wir können nicht genug Wasser produzieren, um das Ding funktionieren, wie ich es wollte. Oh, hey, Fourier! Researching the Valkonists again, I see. Mhm, yeah! Ah, Pascal! Wie lange ist es, seit du einen Geist? Ich weiß nicht, eine Woche oder so? Pascal, das ist gross! Ah, was habe ich gemacht? Du bist eine Mädchen, um zu kreieren. Du solltest zu bathen! Und selbst wenn du nicht eine Mädchen bist, gehen eine Woche ohne einen Geist ist einfach schrecklich! Ich denke, ich bin irgendwie in meine Arbeit. Aber ich werde bald wieder schäuern, ich versuche! Ich denke, es ist irgendwie eine Möglichkeit, die sich für die Lachen zu Gedanken zu sagen. Warum kleinkommst du so viel röhnen,? Ich bin nicht wirklich richtig lieb. Es ist einfach nur noch ein Molotiger Wasser neben mir, wenn ich mit mir so Romeins denke! Also, wenn immer 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 soher Wasser cheitig werden, könnte man immer so sehr viel röhnen? Immer immer soher Wasser da unten? Du bist ein Genie! Oh mein Gott, Fourier! Das ist es! Wir können das so, dass die Leute in die Wasser gegründet von den Balkonisten! Nein, warte! Wir können sie es nutzen für die Wärme und für gegründet ihre Wasser! Also, wenn es da Pfeifen geht, um ihre Haus zu gehen und was? Okay, das sollte für eine Schraubung machen. Oh mein Gott, jetzt muss ich eine Schraubung machen. Sorry, Fourier, aber ich glaube, ich werde nicht Zeit für eine Schraubung machen, bis das ist... Oh, ihr... Oh, ihr... Das ist es! Du bist ein Schraubung im Moment! Wessel, hilf mir! Ich weiß nicht, Pascal. Ich denke, ich würde mich in, wenn ich dich wäre. Oh, die Amitianer. Ein bisschen verrückt. Nur ein bisschen. Das ist ein Schraubung. Das ist es, dass ich in der Schraubung komme, Captain Malik. Danke, Hubert. Oh nein, die Danks hängt an dir. Das war eine sehr produktive Miete. Well, seitdem ich Fendel's neue Ambasator, bin ich nur meine Arbeit. Ich muss sagen, Pascal's Idee wirklich threw mich für ein Lippe da. Pumpte warm water in all of Fendel's homes and use it for heat. It's so simple, and yet so elegant. I'm sure it will serve the people well. You'll be overseeing the entire project, correct? Yeah, it'll be pretty dangerous work. Fendel is now a freer, happier country than I could ever have imagined. We still have many challenges ahead of us, but there's no doubt that things are improving every day. Captain Malik, I think we're seeing the dawn of a new age. Hmm. Gern geschehen. Jetzt Asbel und Sophie. You're late, Asbel. Sorry about that, Sophie. I couldn't get away. Come on. Don't look at me like that. I'm not that late. Look down. On the ground. Look down? Oh! Be careful. Don't step on them. Oh, come on. You've got a ton of these. One little flower won't- Don't! Sorry. Don't you dare crush even one of them. Yeah, you're right. Sorry about that. I'll be more careful. So, uh, how's the Blossom Gale coming along? They're almost ready. The Sofarious have been glowing for a while now. So it's time? You know? You really did a great job with this garden. There isn't a spare inch of dirt left. I don't want to just plant here, Asbel. I want to plant in lots of places. Oh! Hey, hold on. At that rate, the world will be nothing but Sofarious. I had this dream. It's kind of silly, but... I dreamt I was riding in a huge Blossom Gale. And we went to a beautiful meadow where I fell asleep. But then, when I woke up, I was an adult. I wasn't a child anymore. You woke up an adult? I wonder if... I'll ever grow up. Yeah. I think you will. But hey. What do you guys think? Sofarious? The lights are fading. No way! Don't give up. Come on. Hey, look! It's happening! Not. How pretty! Yeah. It sure is. I wonder where they'll end up. What do you think, Asbel? Wer weiß, vielleicht werden sie überall über die Welt fliegen. All über die Welt? Und jetzt bin ich mir nicht so sicher, ob die Credits mir irgendwelche Copyright Schwierigkeiten bringen. Ich hoffe natürlich nicht, weil da wird nämlich gerade das Intro im Hintergrund gespielt, was nicht gesungen wird, aber man weiß ja nie. GEMA und so. Ja, ich glaube nicht, ob die GEMA irgendjemand damit zu tun hat, aber irgendjemand wird schon irgendwas dagegen haben, nehme ich mal an. Hm. Also wenn das dann der Fall wäre, dann wird man das als hier nicht. Ich kann labern, weil ich will so toll. Und keiner wird irgendwas merken. Ja, wahrscheinlich werde ich das Ganze alles nochmal nachkommentieren. Je nachdem. Ich sollte vielleicht mal ein Fazit für dieses Game hier abgeben, obwohl das eigentlich noch nicht notwendig ist. Weil wir haben erst den Hauptarc erledigt. Mhm. Das Spiel heißt Tales of Graces F. Und das F steht für Zukunft. Also Future Zukunft. Und. Das heißt, da kommt noch was. Das war noch nicht der letzte Part. Oh nein. Oh nein. Wir haben nur den letzten Part der Final-Boss geschaffen. Also nein, das ist auf jeden Fall nicht der letzte Taikan-Anime. Es gibt einen Typen, der heißt so. So, ey. So, ey. So ist irgendwie eine Firma oder so, glaube ich. Dann wäre ein geiler Name. Taikan-Anime. Jedenfalls. Ja, aber ich kann trotzdem irgendwas über das Spiel sagen. Natürlich. Boah, man kann das Spiel nochmal raus. 2011, 2012. Jedenfalls nachdem. Nee, 2010. Nee, 2010. Weiß ich nicht. Irgendwann im Dezember. In Japan. Irgendwie. Ein Jahr später. Im Sommer. Glaube ich. Boah, weiß ich gar nicht mehr. 2011 oder 2012. 2011 müsste das ja eigentlich sein. Jedenfalls, als alles rausgekommen ist, habe ich jetzt glaube ich verdammt oft gespielt. Also, ich habe es irgendwie durchgehend, bis ich mit dem Let's Play angefangen habe, nur gespielt. Und ja, okay. Dann kann ich das ja locker... Warte mal. Ich habe das mit dem Let's Play angefangen. Im August. Letztes Jahr. Und das bedeutet, ich habe, glaube ich, ein oder zwei Jahre durchgehend nur dieses Spiel gespielt. Ja. Ja, nach der Schule oder so habe ich jetzt gespielt. Und ich glaube, das sollte eigentlich schon sagen, was ich hier für eine Meinung über dieses Spiel habe. Also mir macht es verdammt Spaß. Und auch wenn ich jetzt schon drei, vier Mal durchgespielt habe, könnte ich immer wieder spielen. Warum nicht? Ja. 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 Da ist natürlich auch noch nicht zu viel über dieses Spiel. So viel im Hintergrund. Über das Spiel jetzt noch Preis geben, weil es kommen ja noch zehn Stunden. In meinem Vergleich ist das dann 50 Stunden. Warte mal. 10 Stunden. Das entspricht bestimmt so ungefähr 20 Parts. Weil ich weiß, dass ich bei Tales of Symphonia, dass ich gerade am zocken bin. Ja. Ja. Wie geil. Hätte man die ganzen Clips auch gesehen, wenn man die Nebenquests nicht gemacht hätte? Schön. Jedenfalls. Äh. Boah, man wollte jetzt sagen. Mach mal so viel überhaupt auf die Bühne. Geil. Welche Szene war das? Weiß ich gar nicht mehr. Jedenfalls. Ich bin bei Tales of Symphonia jetzt bei Park 30 und ich habe ungefähr 15 Stunden am Buckelatei so ungefähr 20 Parts kommen jetzt danach noch. Und danach kommen noch mal vom Hauptakt ein paar Sachen, die ich ausgelassen habe. Also da kommt noch einiges. Das Projekt wird nie enden. Da habe ich das Gefühl, ich bin jetzt schon ein Jahr lang in diesem Projekt und ich habe irgendwie Pause gemacht dazwischen und dann irgendwann unregelmäßig Parts hochgeladen und so. Und jetzt tue ich regelmäßig Parts hochgeladen und das Spiel ist jetzt dann verdammt weit bekommen. Also ja. Ich bin immer noch eine ganze Weile mit diesem Spiel beschäftigt. Aber egal. Mir wird es nicht langweilig. Ich könnte es noch Stunden spielen. Also. Der letzte Kampf ist auch gut gegangen. Auf einen schweren Schwierigkeitsgrad. Auf Chaos sollte es nicht sein. Also. Egal. Und ich hoffe wirklich, dass hier Video Baba. Jawoll. Der Film da. Das. Soll hoffentlich jetzt hier alles nicht umsonst geredet sein. Wegen Copyright zwar. Ich habe auch ordentlich geredet, damit man die Musik nicht hört. Auch wenn sie sehr schön ist. White wishes heißt sie. Musik glaube ich. So. Und das war mein irgendwie schlampiges Fazit zu diesem Spiel. Fürs Erste. Jetzt kommt noch was und ich hatte den Mund. Musikồng. Mr. Woh! Woh! Ich habe die Fisch ge die Bundesregierung auf Eternal Vorwagernến Bin. Jack, 할게요. Woh! Das Okあるonn戲 Hallo ja. Da, wir wuesten Fairy. Wo sieht alles runter, zu Waterımıkaos. Wie passiert das die Naturalgeheimt nach dieser Mal? Und nach dem, es wurde eine starke, 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 die sich über alle. Das war seine Weise zu bedanken dem Mann, der so sehr verehrt zu ihm war. Welche star war es? Na gut, es ist die, die wir alle wissen, unsere starke, starke. Schön. Na schön. Und wir können das Spiel speichern. Und ich tue erstmal auf einen neuen Spielstand machen. Nr. 7. So. Was heißt das dann jetzt für uns? Das Spiel zu Ende? Nein. Denn nächstes Mal geht es mit dem Future Arc weiter, welcher direkt nach dem Hauptarc spielt. Wer hätte es gedacht? Und dann werden wir mal sehen, was noch alles so passiert. Ich meine, wir haben Lambda erledigt. Was kann da noch? Alles geschehen, ne? Man weiß es nicht. Die, die es wissen, wissen es natürlich. Die, die es nicht wissen, wissen es offensichtlich nicht. Was eine Logik. Jedenfalls. Das war noch nicht der letzte Part. Wir sehen uns in dieser Folge von Let's Play Tales of Graces. FB4. Habe ich schon wieder vergessen. Ich muss mich überwägen, sonst kommt das Intro wieder. Und das wollen wir nicht, weil Copyright und so. Ich weiß jetzt nicht, ob ich wegen Copyright die Crates nachkommentieren musste. Deswegen, ja, sag ich das mal so. Einfach so. Aber, ja, wenn wir ja sehen. Ich hoffe natürlich, ich kriege keine Copyright Probleme. Aber man weiß ja nie. Nein. Pfff. Wenn das abgelaufen wäre, hätte ich sowieso Copyright Probleme bekommen. Habe ich so das Gefühl. Das habe ich schon bei Xillia gehabt. Jedenfalls, ich gehe mal hier rein, dann kann ja nichts passieren. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces FB4. Ja, ich bedanke mich alle herzlich für Zuschauen und sage Tschüss. Tschüss, Vielen Dank.